Hey Leute, heute mit dem vermutlich etwas kürzeren Thema, warum will die Ex befreundet bleiben oder warum will die Ex Kontakt halten? Was hat sie davon und wieso solltet ihr das nicht zulassen, wenn irgendwann wieder die Chance auf eine gemeinsame Beziehung oder teilweise sogar mehr Respekt da sein soll? Also, der einfachste Grund und oberflächlich gesehen auch der wahrscheinlichste und ausschlaggebendste ist natürlich schlicht und ergreifend Aufmerksamkeit. Das ist eben einfach die Währung der Frauen und wenn sie die von euch weiterhin bekommen können, dann schadet ihnen das nicht. Ihr dürft euch das nur nicht so vorstellen, wie das jede Frau einfach direkt und vollkommen bewusst eure Aufmerksamkeit will. Es ist sehr viel feinfühliger und unterbewusster als das. Allein schon die Möglichkeit darauf zu haben, irgendwann, wenn sie die Aufmerksamkeit brauchen könnte, darauf zugreifen zu können, das gibt einer Ex schon ein ausreichend befriedigendes Gefühl. Es geht auf gewisse Art und Weise um Sicherheit, auf euch zurückgreifen zu können, dass ihr verfügbar seid oder zumindest verfügbar sein könntet. Da gibt es die Männer, die ihnen hinterherlaufen, bei denen das vollkommen klar ist. Dann gibt es die, die denken schlau genug zu sein, sie steuern zu können und die Friendzone im direkten Kontakt vermeiden zu können. Die schießen sich meistens zu sehr darauf fest, gesagt zu haben, dass sie keine Freundschaft wollen, handeln aber exakt so und bleiben dadurch verfügbar. Und dann gibt es die, die die Grenze setzen und damit Ungewissheit auslösen. Nur Letzteres funktioniert wirklich und es ist ein wirklich extrem schmaler Grat. Feingefühl ist das Stichwort. Denn es ist nicht nötig, das Gegenüber für diese Ungewissheit vor den Kopf zu stoßen. Blocken, rummanipulieren, Psychospielchen, direkt komplett übertreiben und inkongruent wirken. Das ist alles nicht nötig. Auch wenn man es als gegenteiliges Extrem einer naiven und hochemotionalen Phase sehen kann, in die man nur zu leicht reinrutscht, wenn einem bewusst wird, dass es auf die Nice-Guy-Art nicht funktioniert. Egal, zurück zum Thema. Aufmerksamkeit. Wie gesagt, dürft ihr euch das nicht wie etwas vorstellen, das komplett bewusst durch den Kopf der Ex geht, wenn sie sich trennt. Den meisten ist dabei klar, dass ihr grundsätzlich erstmal Abstand braucht, damit ihr sie mit den Beziehungsthemen in Ruhe lassen könnt. Das ist es, was sie gerade wollen. Ruhe, die Erleichterungsphase genießen, die kurz nach der Trennung einsetzen wird. Sie haben lange innerlich mit sich gerungen und haben sich darauf vorbereitet. Ihr seid ein Mensch, ihr habt Bindung zu ihr. Die Trennung kommt womöglich aus dem Nichts. Es ist normal und sie stellen sich darauf ein, dass ihr damit nicht besonders gut umgehen könnt. Sie legen sich Phrasen zurecht und sind unterschiedlich drauf, je nachdem, wie sie euch einschätzen und je nachdem, wo sie innerlich stehen. Manche hauen direkt voll drauf, andere versuchen es noch mit etwas Wärme und verstehen sich selbst noch nicht so ganz. Alle haben gemeinsam, dass wenn ihr nicht locker lasst und die Trennung nicht akzeptiert, dass sie langsam aber sicher immer härter und kälter in ihrer Entscheidung werden. Denn die Entscheidung steht. Ihr habt keinen Vorteil, in dem Moment da durchzubrechen. Denn die Zweifel und Gründe, die emotional zur Trennung geführt haben, die bleiben bestehen und machen die nächste Trennung nur endgültiger. Je nachdem, wann und wie ihr das akzeptiert, gibt es zig Möglichkeiten, wie sie auf euch reagieren. Ich hatte es nur viermal bisher, dass die Trennung direkt angenommen und das Ding fast schon rumgedreht wurde, sodass sie sich so fühlen musste, als wäre mit ihr Schluss gemacht worden. Das ist sehr unwahrscheinlich, strahlt aber eine wahnsinnige Selbstbestimmung aus, nach der sie sich fragen muss, was zur Hölle ist da gerade passiert? Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Normalerweise ist die Erleichterungsphase danach unvermeidbar. Trennung durch, schwieriges Ziel erreicht, Druck fällt ab. Gut, dass ich das getan habe, jetzt geht's mir gut. Das hält aber nicht unbedingt lange an. So, also, Status Quo in der Situation, sie hat Bindung zu euch. Die wurde erst über die Limmerenz am schnellsten, dann danach etwas langsamer, aber relativ stetig über eure gemeinsame Zeit und schöne Ereignisse aufgebaut. Die sinkt nicht, sondern ist weniger wert, wenn sie keine Anziehung mehr zu euch hat. Es ist wie ein Glas, das davor gefüllt war und jetzt leer ist. Sie kann aber trotzdem in schwachen Momenten getriggert werden und die werden nach der Erleichterungsphase kommen, diese Momente. Ihr habt also in dem Moment, in ihrem Alltag, keinen besonders großen Stellenwert mehr. Es gibt aber immer mal wieder Ausschläge, die kurzfristig emotional und unterbewusst zu euch zurückführen. Ihr habt nicht alles falsch gemacht. In gewissen Situationen wart ihr lange ihre beste Option. Einen gewissen Wert habt ihr also noch. Etwas, woran sie sich unterbewusst festhalten kann. Und darauf hat sie auch keinen direkten Einfluss. Daher ja unterbewusst. Das heißt, es ist sinnvoll, sich diese Optionen, diesen Wert und diese positiven Dinge aufrecht zu erhalten. Zumindest bis sie jemanden gefunden hat, der darin besser ist als ihr und das überlagern kann. Aber auch dann, je nach Länge eurer Beziehung und aufgebauter Bindung, seid ihr nicht im direkten Vergleich zu ersetzen. Nur müsst ihr es euch so vorstellen, dass ihr Hauptaugenmerk durch jemanden, zu dem sie aktuell höhere Anziehung hat als zu euch, komplett abgelenkt ist. Da passiert es seltener, dass die Bindung mal wirklich triggert. Sehr viel seltener. Und auch seltener, dass ihr als Backup oder sogenannter Freund noch gebraucht werdet. Da bekommt sie den Hauptteil der Aufmerksamkeit und Bestätigung ja vom Neuen. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich sage, dass ihr die Ex nach der Trennung eigentlich so behandeln müsst, als wäre sie schon seit fünf Jahren in einer neuen glücklichen Beziehung. Keine Glückwünsche zum Geburtstag, kein einfach mal so melden, keine sogenannten zufälligen Treffen, sondern der Fokus ganz auf euch. Keine geschenkte Aufmerksamkeit, denn wenn die mal abgelenkt sein sollte, wird sie selbstbestimmt auf alles, was ihr zu bieten habt, verzichten. So sind Frauen. Der Mann, zu dem die Anziehung höher ist, der ist auf einmal ihre Welt. Wenn ihr davor versucht habt, über Aufmerksamkeit und freundschaftliches Verhalten ohne Mann-zu-Frau-Interaktion an sie ranzukommen, dann seid ihr direkt raus oder steckt in dem Verhalten fest, weil ihr noch hofft oder das weiterhin bringen müsst. Sonst würdet ihr euer Gesicht verlieren oder sie wüsste direkt, dass es euch mit eurer Aufmerksamkeit nur darum ging, dass sie euch zurücknimmt. Und dann seid ihr das unehrliche Arschloch, das hinter ihrem Rücken... Ja, ihr wisst schon. Ihr habt dadurch keine Vorteile. Wichtig zu wissen ist, dass Frauen das Gefühl der Sicherheit und die dazugehörige Möglichkeit auf Aufmerksamkeit von euch nicht greifen und ausformulieren können. Es ist ein Gefühl, das sich stark im Hintergrund abspielt. Macht ihnen also keinen Vorwurf oder sprecht sie direkt darauf an, sondern handelt für euch richtig. Die richtige Aktion nach der Trennung ist No Contact. Nicht als Strafe wegen einer Schuld oder Manipulation, sondern weil es das offenste, ehrlichste und hilfreichste in jeder Hinsicht ist. In Hinsicht darauf, dass ihre Gefühle sich wieder entwickeln können. In Hinsicht darauf, dass ihr unbedürftig und attraktiv werdet. Und im Zwischenmenschlichen. Denn nur da lasst ihr die passende Konsequenz auf die Trennung zu und belügt euch nicht selbst. Dafür muss man natürlich die Hintergründe kennen. Viele gehen mit dem Disney-Wissen rein und denken, sie könnten etwas erreichen, wenn sie weiterhin für sie da sind und Lampen für sie aufhängen, wenn sie euch braucht. Aber euch zu brauchen, rechtfertigt nicht, dass ihr springt. Denn das lässt euren Wert intrinsisch und unterbewusst für sie sinken. Euren Wert als möglichen Partnerkandidaten. Auf anderer Ebene gewöhnt sie sich daran. Ihr seid für sie da, wenn es nötig ist. Das ist ein schöner Gedanke, von dem ihr euch aber absolut nichts kaufen könnt. Denn ihr hängt die Lampen nur so lange auf, bis ihr den Realitätscheck bekommt, dass sie Anziehung zu einem anderen hat. Dann merkt ihr erst, dass ihr seit der Trennung eure Zeit verschwendet habt und eigentlich direkt danach so hättet handeln sollen, wie ihr jetzt gezwungen seid, es zu tun. Zum Selbstschutz. Und vermutlich ohne die Möglichkeit darauf, ihr damit Zeit und Raum geben zu können, um euch wieder schätzen zu wissen. Im Gegenteil, die wird euch nicht verstehen, warum ihr die ganze Zeit da wart und jetzt, wo sie einen neuen hat, auf einmal nicht mehr. Denn sie hat sich getrennt und ihr wart freiwillig weiterhin für sie da. Das ist menschlich korrekt und positiv irgendwo für euch beide. Ihr konntet ja noch reden wie Erwachsene und das war schön. Das war alles nur gelogen. Ihr Arsch, wolltet sie nur in eine Beziehung manipulieren und jetzt, wo die Möglichkeit nicht mehr besteht, hört ihr einfach damit auf, nur um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie da im Nachhinein gedacht wird. Genau so. Aus der Gewohnheit heraus und dem, was sie euch gegeben und worauf sie sich eingelassen hat, ist das vollkommen logisch. Die braucht sich das nicht mal groß zurechtzudrehen. Euer Verhalten sagt das aus. Ihr wart nützlich und das hat positive Gefühle à la Freundschaft aufrechterhalten. Ihr habt ihr eure Aufmerksamkeit, eure Zeit und den Rest eures Selbstwerts einfach so geschenkt. Einfach so im Tausch für, ja, für was? Für Nettigkeiten und auch ein bisschen Aufmerksamkeit? Ihr wart ein Orbiter, aber nur so lange, bis der Neue da ist und sie sich auf ihn konzentriert. Genau wie sie sich damals auf euch konzentriert hat. Dann werdet ihr weggeschoben. Vielleicht nicht offensichtlich. Vielleicht wird der Kontakt weniger oder festigt sich freundschaftlich. Aber mehr auch nicht. Dann werdet ihr in der Umlaufbahn gehalten, falls mal ein Umzug ansteht oder sich ausgeheult werden muss. Ihr werdet ihre etwas stärkere beste Freundin. Ihr seht, es hat nur Vorteile für eine Frau, befreundet bleiben zu wollen. Und wenn es nur ab und zu die Schreiberei zwischen euch ist. Frauen lieben das, Menschen um sich zu haben. Dafür, das ist ihre Art. Frauen interessieren sich für Menschen. Männer interessieren sich für Dinge. Und Frauen lieben die Interaktion mit Menschen noch mehr, wenn ihnen Bestätigung gegeben wird und sich für ihren Kram interessiert wird. Nur sind es alles keine primären Eigenschaften, die Anziehung auslösen. Und nur das führt wieder in eine Beziehung. Ihr werdet in einer Freundschaft oder in einer freundschaftlichen Zwischenbeziehung als Orbiter mit der Zeit für sie zum Neutrum. Und das Beste, sie sind sich dessen oft nicht mal bewusst. Ihr geht da einen Deal mit ihnen ein, der selbstverständlich für sie erscheint und sich gut anfühlt. Aber nie mehr euren Wert als Mann für sie erhöht. Also raus aus der Friendzone, egal ob ausgesprochen oder nicht. Wenn ihr noch Gefühle für die Frau habt, schadet ihr euch nur selbst und könnt das nicht auf sie schieben. Es ist normal, dass eure Aufmerksamkeit weiterhin getestet wird. Euer Verhalten entscheidet, ob es dazu kommt oder nicht. Macht's gut und bis zum nächsten Video.